Hallo zusammen und willkommen im grüne Kombüse Homeoffice. Ja, wie geht es euch allen? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Wir sind es auf jeden Fall noch. Wir nutzen auch gerade unsere Zeit so gut es geht. Und zwar haben wir jetzt endlich mal ein Projekt angefangen, was wir eigentlich schon ja seit ziemlich langer Zeit anfangen wollten, aber einfach nie dafür Zeit hatten. Ganz genauso, wie ich auch die letzten drei oder vier Jahre, ich weiß es nicht genau, keine Zeit mehr hatte, um ein einziges Kochvideo mal zu drehen. Und zwar haben wir jetzt angefangen, unser Kochbuch zu schreiben. Angefangen hatte ich schon mal, da war schon mal, also die Inhaltsangabe war schon mal da. Die hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert, denn wir haben unsere ganzen alten Karten durchgeschaut und da ist ja einiges zusammengekommen. Immerhin wechseln wir jetzt viermal im Jahr die Karte, haben da unsere Favoriten rausgenommen. Würden sie da gerne hinzufügen. Natürlich gibt es auch einige Rezepte, wo wir denken, die sind einfach zu banal, die müssen jetzt nicht unbedingt ins Kochbuch rein. Aber euch wollte ich gerne bitten, dass wenn ihr jetzt ein Gericht hattet in den letzten Jahren, wo ihr die ganze Zeit denkt, hoffentlich machen sie das bald nochmal, dann schreibt bitte in die Kommentare bei YouTube, bei Facebook. Vielleicht landet das dann auch trotzdem noch im Kochbuch, weil wir das selber vielleicht auch schon wieder vergessen haben. Vielleicht gab es nochmal ein Tagesgericht, was wir schon vergessen haben. In diesem Sinne macht euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!